Du kennst das vielleicht noch von deinem Verbrenner. Du stehst vor der Zapfsäule und musst erstmal überlegen, welche Zapfpistole die mit dem richtigen Sprit ist. Da stehen ja alle möglichen Sachen drauf. Aber zum Glück kann dir das mit einem Elektroauto nicht passieren. Das muss man ja einfach nur anschließen und Strom laden. Aber ist das wirklich so einfach? Das finden wir heute gemeinsam raus. Man muss selbst kein Elektroauto fahren, um zu wissen, dass man den Akku am besten an einer öffentlichen Ladestation oder einer Wallbox zuhause auflädt. Aber damit das auch funktioniert, muss der Ladestecker deines Wagens auch zu der jeweiligen Ladestation passen. Und da wird es jetzt interessant. Denn es gibt noch nicht den einen Standard, den alle Hersteller nutzen. Aber Sorgen machen musst du dir auf keinen Fall. Denn mit dem falschen Stecker deinen Wagen kaputt machen, das kann ja nicht passieren. Also Ladestecker passen oder sie passen eben nicht. Im Grunde genauso wie es bei Smartphones mit Micro USB, USB-C und Lightning verschiedene Anschlüsse gibt, so sind auch bei E-Autos verschiedene Steckertypen im Einsatz. Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht. Welche das genau sind und wie verbreitet die Varianten hierzulande sind und ob der Steckertyp dann Einfluss auf die Ladezeiten hat, das erkläre ich dir in diesem Video. Also dann lass uns doch mal schauen, worauf du achten musst. Jetzt kommt die Steckertypen-Übersicht. Diese Stecker sind in Deutschland verbreitet. Die aktuell leistungsfähigste Technik ist das Combined Charging System oder kurz CCS. Dieses kombinierte Schnellladesystem, das auch Combo 2 genannt wird, ist ein europäischer Standard. Das Ladeverfahren sowie Steckervarianten sind entsprechend genormt. Das passende Ladekabel musst du übrigens nicht mit dir herumfahren. Das ist an jeder Ladestation fest angepaut. Ein kurzer Exkurs zu Gleichstrom und Wechselstrom. AC, Alternating Current oder Wechselstrom, nennt man Strom, der seine Fließrichtung oder auch Polung regelmäßig in extrem kurzen Zeitintervallen ändert. Mit Wechselstrom sind an Ladepunkten mit dem Typ 2 Stecker bis zu 43 kW Ladeleistung möglich. Der Typ 2 Stecker passt übrigens auch in deine Wallbox zu Hause. Dem gegenüber steht dann der Gleichstrom, auch DC, Direct Current genannt, den du an den Schnellladepunkten mit einem CCS Stecker lädst. Hier sind Ladeleistungen von bis zu aktuell 350 kW möglich. Das ist schon sehr viel. Dass du versehentlich den falschen Strom lädst, ist übrigens nicht möglich. Also keine Sorge. Beim Akku deines Elektroautos kommt immer nur Gleichstrom an. Diesen lädst du entweder direkt per Gleichstrom oder eben geladener Wechselstrom wird über den Onboard Charger deines Elektroautos dann eben in Gleichstrom umgewandelt. Weitere Informationen zum Thema Schnellladen, Ladeleistungen und alles drumherum findest du übrigens im Video zum Thema Schnellladen. Schau da doch mal rein. Kommen wir zurück zum CCS Stecker. Mit dem kannst du über Gleichstrom und Wechselstrom laden und dafür ist der Stecker in zwei Bereiche aufgeteilt. Der obere Teil entspricht im Grunde einem Typ 2 Stecker und wird zum Laden über Wechselstrom verwendet. Der untere Teil kommt dann beim Laden über Gleichstrom zum Einsatz. Der obere Teil übernimmt dann in diesem Fall die Kommunikation zwischen deinem Fahrzeug und der Ladestation oder Wallbox. Ja, die reden miteinander. Die meisten in Deutschland verfügbaren Fahrzeuge werden aktuell mit dem CCS System angeboten. Aber leider bedeutet das nicht, dass du damit automatisch immer super schnell laden kannst. Zum einen sind die Ladeleistungen der Ladestation sehr unterschiedlich und reichen von 20 bis 350 kW und zum anderen gibt es bisher noch keine Modelle, die auch mit diesen sehr hohen Spitzenwerten laden können. Und wo wir gerade dabei sind, die Ladezeiten werden ähnlich wie die Verbrauchswerte bei Verbrennern vom Hersteller immer unter den Optimalbedingungen angegeben. Das bedeutet, dass deine tatsächliche Ladezeit schon stark von weiteren Faktoren wie dem Akkuladestand und auch der Umgebungstemperatur abhängt. So und das hier ist der sogenannte Typ 2 Stecker. Den hatten wir ja gerade auch schon beim Thema Laden mit dem CCS Stecker. Dieser Stecker hier ist ein weiterer europäischer Standardanschluss, über den alle AC Ladesäulen in der gesamten EU verfügen müssen. Also ganz egal wo du gerade in Europa unterwegs bist, mit diesem Stecker hier kannst du deinen Wagen auf jeden Fall laden. Allerdings musst du hier anders als beim CCS meistens dein eigenes Typ 2 Ladekabel dabei haben. Abgesehen von älteren Elektroautomodellen verfügt mittlerweile nahezu jedes Elektroauto über den Typ 2 Stecker. Nochmal kurz zur Ladeleistung generell. Die Ladeleistung ist nicht bei jedem Elektroauto genau gleich und abhängig vom Batteriemanagementsystem und auch dem verbauten Gleichrichter. Deshalb solltest du beim Kauf auf die jeweilige Ladeleistung achten. Wenn dein Wagen beispielsweise eine Ladeleistung von 11 kW an einer Wechselstromquelle hat, würde er auch an einer Wallbox mit 22 kW trotzdem maximal eben nur mit 11 kW laden. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, habe ich dir einen Artikel zum Thema schwankende Ladeleistungen in der Beschreibung unten verlinkt. Und hier noch ein kleiner Hinweis für alle Tesla Fahrer. Von außen sieht dein Ladestecker genauso wie ein Typ 2 Stecker aus. Allerdings sind die Pins im Inneren anders belegt. Wenn du damit eine Tesla eigene Ladestation, auch Supercharger genannt, nutzt, dann sind Ladeleistungen von rund 250 kW möglich. Davon kannst du übrigens in Zukunft auch als Nicht-Tesla-Fahrer profitieren, da die Supercharger nach und nach auf den CCS Anschluss umgerüstet werden. Wie du jetzt die passende Ladestation findest, erkläre ich dir später in diesem Video. So und jetzt kommen wir zu diesem Exoten hier aus Fernost. Und zwar geht es um das Schnellladesystem SHADEMO aus Japan. Wie beim CCS musst du bei diesem System hier kein eigenes Ladekabel dabei haben, das immer fest an der Ladestation angebracht ist. Die Abkürzung steht übrigens für CHARGE THE MOVE und das Wort bedeutet im japanischen etwa so viel wie eine Tasse gefällig. Kein Scherz. Mit dem SHADEMO Stecker sind zwar Ladeleistungen bis 50 kW möglich, aber in Deutschland ist das System nur in einigen älteren Modellen von Nissan, Lexus und Mitsubishi verbaut. Übrigens wird SHADEMO an europäischen Ladestationen nicht immer unterstützt. Zu guter Letzt kommen wir zu einem Steckermodell, das du von so ziemlich jedem elektronischen Gerät in deinem Haushalt kennst. Die Rede ist vom SCHUKO oder auch Schutzkontaktstecker. Und die dazu passende Schutzkontaktsteckdose oder Haushaltssteckdose, die wirst du ziemlich sicher von zuhause kennen. Das SCHUKO-System ist übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa verbreitet. Grundsätzlich kannst du dein Elektroauto natürlich an so einer Haushaltssteckdose aufladen. Aber empfehlen würde ich dir das nur im absoluten Notfall. Denn für so eine hohe Dauerbelastung wie das Laden eines Elektroautos sind die SCHUKO-Steckdosen nicht wirklich ausgelegt. Deshalb würde der Ladevorgang mit nur etwa 2,6 kW Ladeleistung sehr lange dauern. Oder anders gesagt für 100 bis 150 Kilometer Reichweite müsste dein Wagen ja schon mal 10 Stunden am Netz und an dieser Steckdose hängen. Wenn es aber eben mal gar nicht anders geht, dann kannst du dein Elektroauto natürlich auch an dieser normalen Haushaltssteckdose anschließen. Allerdings liefern die meisten Anbieter lediglich ein Kabel mit Typ 2 Stecker mit. Insofern solltest du beim Kauf deines Elektroautos einen SCHUKO-Adapter mitbestellen, um für den Notfall ausgestattet zu sein. Das eine Ende des Kabels wird dann mit diesem Typ 2 Anschluss an deinen Wagen angeschlossen. Zack. Und das andere Ende steckst du dann ganz normal in deine Steckdose. Und ob der Ladevorgang dann auch wirklich funktioniert, das kannst du über die im Kabel integrierte Kontrollbox prüfen. Jetzt haben wir einiges über die verschiedenen Steckertypen herausgefunden. Und jetzt heißt es für dich, die passende Ladestation finden. Wenn es Zeit wird, deinen Akku zu laden, musst du nicht nur eine Ladestation finden, sondern es wäre natürlich auch gut zu wissen, ob der Ladeanschluss auch zur Säule passt. Das geht zum Glück ziemlich einfach mit dem Smartphone. Zum Beispiel mit der EnBW Mobility Plus App. Indem du die verfügbaren Lademöglichkeiten nach Steckertyp und Ladeleistung, also beispielsweise ausschließlich Schnelllademöglichkeiten filterst, findest du super schnell die nächste passende Ladestation. Die App zeigt dir übrigens auch an, ob der Anschluss, den du zum Laden brauchst, gerade frei ist. Wenn du dann die richtige Ladestation gefunden hast, hilft dir die EnBW Mobility Plus App dabei, den Ladevorgang zu starten, zu beenden und bezahlen kannst du damit auch. Fassen wir also nochmal zusammen. Bei den aktuellen Elektroauto Modellen ist standardmäßig die Buchse für den Typ 2 Stecker eingebaut oder wenn das Fahrzeug schnell ladefähig ist, dann eine CCS Buchse. Also solltest du beim Kauf eines Fahrzeugs auch immer auf die verbaute Ladetechnik achten. Und gerade dann, wenn du öfter mal auf der Langstrecke unterwegs bist, zum Beispiel auf dem Weg in den Urlaub und die entsprechend kurze Ladezeiten sehr wichtig sind. Das war's dann auch schon mit unserer kleinen Steckerkunde. Ich hoffe, ich konnte alle deine Fragen beantworten. Falls nicht, hinterlass uns doch einfach einen Kommentar und wir klären es gemeinsam als Community. Wenn dir das Video gefallen hat, Like da lassen und ich kann dir nur empfehlen, abonnier den Kanal, drück noch die Glocke, dann verpasst du keine neue spannende Folge mehr. Wie zum Beispiel die hier. Das ist auch ein echt gutes Video. Bis bald, tschüss. BORN READY! Was für ein geiles Töne. Ich bin auch ganz sanft. Hast du gut gemacht? Ja.